Bevor es jetzt losgeht, ab jetzt habe ich einen neuen Partner, awap.com, Link dazu in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr Rocket League Items und auch Keys kaufen und verkaufen. Und mit dem Gutscheincode AnyArt bekommt ihr sogar noch 3% Rabatt auf jeden Einkauf. Und jetzt viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu Rocket League mit... Ähm, Dalu-Card. Oh wow. Oh Gott, ich habe gerade... Macht gut, einer weiter. Mit Yanni. Ich habe mich verschluckt. Hallo. Und mit mir, hallo. Osti ist auch dabei, genau. Oh Gott, verschluckt, Leute. Okay, wir machen in 3, 2, 1 jetzt. So, Wasser im Endeffekt, kriegt kein Luft mehr. Janek. Yes. So, jetzt bin ich da, Leute. Okay. Okay, und Dalu rockst es genauso, wie du gerade in Fortnite gerockt hast. Ich habe kein Fadenkreuz. Ich klebe dir eins auf den Bildschirm, wenn ihr das hilft. Ja, voll gut. Guck, nimm ihn. Ja, nein. Oh, die wollte er nicht. Nimm ihn hat er gerade auch schon gesagt, deswegen hat er auch keine Luft mehr bekommen. Ja, ja. Ich habe Basti weggeschubst. Immerhin. Und Dom auch nochmal so halb. Schön, schön, schön. Und lupfen. Ah, schade. Ah, lupfen. Oh, der kommt nochmal runter. Ah, guck. Boah, das habe ich fast predictiert. Nein. Schön. Basti, geh doch nicht an den Ball, wenn ich sage, nehme ich. Das ist doch, ich habe den doch gemeint, Stunt. Nein. Mann, ich warte da und ich hoffe, wann kommt einer von hinten an, wann werde ich gerammt, aber der Ball kam in die Mitte. Nein. Nein, was war das? Weiß ich nicht. Ich musste noch lachen, weil ich Dom kaputt gemacht habe. Oh, oh. Oh. Das war nicht mal Absicht, ne? Ach, sie wurde dagegen gestopft. Achtung. Nein, das ist zu schnell. Oh. Ich hatte keinen Boost. Ich konnte nur schulen. Es kam echt schnell langgefahren. Ich hätte er auch an der Wand eigentlich haben müssen. Da hat er dann auch echt Speed bekommen. Ah, kein Problem. Kriegst du mir Luft mittlerweile, oder? Ja, 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 ich bin fast wieder komplett da. Fast komplett da, okay. Nice. Oh. Oh. Ja. Ja. Oh, boah. Nein, 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 du hättest drauf kommen können. Ey. Ne, 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 mein Junge. Weiß, es war zwar fair, aber trotzdem fand ich es nicht okay. Oh Gott. Schön. Grün. Grün. Oh. Oh. Ne, ne, ne. Dann legt er sich dazwischen. Ah. Nein. Janek, du musst da was machen. Ja. Ist gut, ist gut. Aber den. Nein. Hättest du den nicht mal für mich vorlegen können? Nein. Oh. Jetzt spielen schön. Ja. Genau so. Nochmal. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, ich hab jetzt keinen Woos, ich bin nicht da. Ich kann nur folgendes vielleicht machen. Ja, Janek. Nein. Das ist ein schöner Pass. Nein. Nein. Dann hab ich es noch voll scheiße erwischt, aber sonst. Ich hatte auch keinen Woos mehr und da irgendetwas zu machen. Wir waren mir nicht so ganz sicher, was du machst. Und dann so. Schwierig. So, jetzt ist wieder alles even hier. Even, even. Oh Gott. Oh, oh, scheiße. Du hast noch keinen Woos, oder? Oh Gott, scheiße, ne. Den machen wir beide. Schade. Schön. Oh, oh. Ich mach mal auf. Hey, wie. Oh, lol. Umso schöner. In die Richtung. Oh, nein, nein, nein. Der ist drieben, oder? Nein. 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 Oh, ich hab keinen Woos. Okay, alles super, hab ich erst mal. Okay, wir haben zweimal knapp daneben. Äh, richtig bescheuert daneben. Nein, immer. Jetzt. Oh. Ich komm gerade nicht irgendwie zu irgendwas. Ey. Ich komm zu nix gerade, scheiße. Okay. Man merkt das. Oh Gott. Oh, oh. Oh, dreh nochmal. Ich leg ihn mal. Ja, okay, war gut. Alles gut. Aber doch mal den. Der kommt blöd. Äh, der kommt gut. Ja. Sehr schön. Ball im Rücken und dann hochfliegen. Doof. Ich fahr. Du fährst. Ups. Ah, der kommt nochmal auf. Aber hast du... Ja? Ja. Oh, 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 oh. Nein. Ach, du Sack. Neh mich. Neh mich. Neh mich. Neh mich. Neh. Neh. Oh, guter Pass. Das ist so wenig. Ah, der hat ja noch viel Boost. Er hat ja noch viel. Oh, verdammt. Was? Wie du? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich bin mit vollem Boost auf dich gefahren. Nein. 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 Ah, Mist ey. Ich muss kurz wieder landen. So, da bin ich. Hast du, ne? Ja. Ich bin jetzt einfach nur... Das wollte ich jetzt sogar gar nicht wirklich. Ja, ja. Oh, 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 oh. Oh, der ist du's. Guck mal. Lups. Ah. Nein. Nein. Dabei war der Schuss schon so schön. Das war so so ein lockerer Eckschluss. Die wollte ich dir auch nicht wegnehmen. Nice, 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 ja. Nein. Okay, okay. Jetzt machen wir das noch. Komm, 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 komm. Das hat bestes gegeben. Oh Gott. Oh Gott. Den krieg ich aber nicht von der Bande aus. Kann ich mir ein Spinn raus? Ah, du bist da? Okay. Ja, der, du hast, du hast, du hast. Ja, ja, ich weiß, ich will das drehen. Nimm mir noch den Bus weg. Schön geschubst. Ey. Jetzt du, komm. Nein. Na, nee. Ach, Mist. Okay. Oh, da geht noch was. Da geht noch was. Nein, jetzt geht nicht mehr drauf. Jetzt noch mal, du noch mal. Komm schon. Ja. Nein. Schade. Uiuiui. Komm, aber ich komm, ich hab grad keinen Zugriff. Los, ehrlich, wir machen noch eins. Ich wills, ja, ich versuch. Oh, Cooper. Bring. Nein. Jetzt du. Ey, geh noch mal hoch. Oh Gott. Komm. Das machen wir da gerade. Komm, komm, steh noch mal hoch. Ja, komm. Scheiße. Scheiße, ah. Nee, ist mal, ich bin ja nicht drin, leider. Ich bin ja nicht drin. Da machen wir in 3, 2, 1, jetzt. Ey, Basti, jetzt fahr. Ich hab gehört, du willst in der ersten Folge heute gewinnen. Das machen wir wie immer in der dritten Folge her. Ja, ich war ja da dran, Mann. Los, ja, Basti. Gut. Das wird scheiße, Basti. Hier? Bist du irgendwo da? Nee, da. Oh. Schön. Oh, bitte. Er ist abgeprallt von uns beiden. Oh, nein. Schiebe, schiebe. Da kam der Ball und dann nochmal klack. Das war Pingpong einfach. Ja, das war echt Pingpong. Kann man nicht machen. Also, so kann man doch starten. Oh, Gott. Ich esse diese Berlin. Das ist unfassbar. Oh, schön. Hast du den? Ja. Oh. Ja. Oh, Mist. Dann kann ich auch nichts mehr machen, leider. Nee, den hätte ich auch haben müssen, eigentlich. Hä? Ich bin ja auch ein bisschen in den Weg gefahren, aber ich habe es leider nicht gesehen, leider von hinten. Ah, gut. Weiter geht's. Komm schon. Oh. Ja, aber... Alles gut. Ja, Marvin, schön. Schön zu haben. Easy. Weißt du, du hast so Gas gegeben. Ich hatte ihn noch blocken können und dann nochmal korrigiert. Okay, passt hier, ja. War jetzt eine gute Show für die Zuschauer. Für die Fans. Aber jetzt machen wir das richtig. Oh, nee, der ist der, oh, der ist der Scheiße. Hast du nochmal, komm, einfach noch ganz ruhig anfahren, schweiß ich. Ja, ich muss gucken, wie ich den rüber spiele. Oh, Mann. Rech, der versucht. Was denn, hallo? Da war nichts. Na? Warte, den... Au! Ich geh kurz nach hinten. Jo, 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 jo. Oh! Oh! Ich hab's ja noch. Ach, Mann. Ich wollte dich da nicht mehr an. Schön. Ja, okay, alles super. Nice. Ja, hat er leider. Ich bin im Zor. Oh, was war das denn? Ich war das. Oh, der Ball wacht sich. Super. Den Ball durchdrehen. Ist das in Ernst jetzt? Wie war das denn möglich? Nein, nein, nein. Ich war nur zufällig da gerade. Das war... Nein, nein, nein. Ich war nur zufällig da gerade. Leider kein Boost. Jetzt hab ich Boost. Und du bist da? Ja. Jetzt, jetzt, jetzt. Nein. Ich bin im Tor. Okay. Kannst du ihn ausspielen? Nee, ne? Doch, doch. Doch. Wow. Wir haben's fast gegenseitig weggenommen gerade. Oh, scheiße. Komm nicht dran, aber du. Ja. Nein. Alter. Warte. Sag dich mal ja. Das setzt dich unter Druck irgendwie. Basti, wir haben dieselben Ideen. Das funktioniert so nicht. Doch, guck. Oh, scheiße, ey. Weg da. Schön, schön. Ja, 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 schön so. Das einzige, was er kann. Wegschuppen, ja. Ja, das einzige, was klappt. Ich treffe die Gegner, aber nicht den Ball. Nein. Oh, das war gut. Jetzt dran. Ich dachte, er trefft mich. Nein. Nein. Neh mich. Nein. Ja, das ist die richtige Richtung. Scheiße. Oh mein Gott. Ja. Du nochmal. Oh, wird eng. Nein. Ja, ich hab gewartet. Ohlala. Nice. Nein. Oh. Okay. Oh ja. Mist. Oh, ey. Ist das gut? Nein. Ey, die soll schmieren momentan, ne? Bei uns. Das ist so. Okay. Noch führen wir, noch haben wir die Komfortsituation meiner. Ja, nur 2-1. Knappes Ding, aber wir führen leider nicht da gerade, aber jetzt bin ich da, wenn er bald zurückkommt. Oh, oh. Nein. Bin ich da? Oh, schade, Basti. Entschuldige. Aber wieso triffst du den, ey? Sonst noch fehltst du raus. Allein. Oh, 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 oh. Ich war ready. Diesmal war ich ready, dass du ihn verfehlst. Ja. Ja. Wisst ihr, ich sorge erst dafür, dass ihr damit gerechnet, dass ich daneben fahre und dann treffe ihn aber. Das ist alles Taktik. Oh nein. Komm, Basti. Hast du den? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alles super. Alles super. Oh, das war ein schöner Hakenkrieg und es reicht. Alles super. Ich mach ihn rein. Nein, das ist so. Nein. Dom, dieses Play gerade. Oh, super schön. Super geil. Du nach vorne, ich einmal nach vorne. Ich. Geil. Oh, der Witz. War wieder mega spannend. Den einen hatten wir verdient, ja. Den, den ich hätte verfehlen sollen, meinst du? Nein, den jetzt gerade zum Ende. Oh Gott. Nein, Mann. Na, wird trotzdem noch gefährlich. Ja. Ich hab keinen Boost. Jetzt hau ihn raus. Schön. Ja. Oh Gott. Nimm ihn. Ja. Oh. Der ist aber nicht drin. Schade. Nein. Ah, 3 zu 1. Ich geh ins Tor. Ach Mist. Geh ins Tor. Wir machen noch einen. Raus hier. Ja, das ist spekuliert. Mitte. Ja, äh. Schön. Ja, nochmal. Na, geht nicht. Das war da, du. Jetzt aber nochmal. Ach, nee. Komm, ich muss nochmal fliegen. Oh, Mann. Ich hoffe, dass die auch mit dem Winkel schön war. Einmal haben wir nicht mal scheiße gespielt. Nee. Nee, war echt geil. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Gut, Leute. Die erste Aufnahme ist wiederum. Die nächsten beiden folgen in den nächsten Tagen. Leute, schaut gerne vorbei bei allen Leuten, die ihr mögt. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dahin. Tschüss.